Hallihallo Hallöchen meine Freunde Willkommen zurück zu einer neuen Folge Path of Exile mit Cyrus und STB. STB? Ja STB Mann! S to the, B to the, T to the. Ja ist ja okay, seine Wüte. Also wie gehört bin ich auch wieder dabei, der Cyrus, der Cyrus. Ist auch mal so auszusprechen wie MC Coolnit oder so. Uh, ein Rabe. Okay, das ist das Rabe auf dem Hütsterbrett. Ja ich hab die Aufmerksamkeit Spanner eines Humps auf Koffein. Wollte gerade sagen, ja. Oh, irgendwer hat da dann wieder schon... Oh, oh Gott. Oh, das sind, das ist doch, das sind doch wieder diese Exiles. Ja. Was ja ein Typ der gesagt hat, weißt du noch? Ja. Aua, Aua, Aua. Hast du auch noch einer so wie ich? Ah, Flicker Strike, ja. Alter. Nee, das bist du. Ich bin der mit dem Bogen. Er ist der mit den Nackenbuffen. Okay, okay, jetzt hab ich's. Ja, sicher? Weiß noch nicht. Aua, 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 Aua. Wow, Alter, der blingt sich aber wie ein Wilder. Wie ein junger Gott. Ich bin gerade ja nicht so im Kassenleifteat wie ich. Ja, das wäre heftig gewesen. Das würde mich nur schlafen lassen. Ich bin schon wieder voll. Tatsache, ich bin schon wieder voll. Heftig. Ja, das item... Platz ist hier... sehr begeistert. Ja, 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 ja. Ah, ist doch schöne Superior Sachen dabei. Vom Fencing Helm hab ich, glaub ich, schon noch... noch... Ich weiß nicht, ob der Superior sein muss. Ich glaub, die müssen Superior sein. Und das Citrine Amulett sieht ja auch interessant aus. Citrine? Wo hast du die Citrine? Fast ganz unten bei mir. Da wo du gerade stehst, quasi. Sei da Citrine Amulett, ja. Strength and Dexterity. Dexterity, nicht Dexterity, ja. Mal gucken. Ähm, ähm, ja. Genau. Bevor wir hier jetzt noch so ein bisschen rumstehen, mach ich mal einen auf den. Boah, du bist ja krass. Krass, ne? Wow! Bist du woanders gelandet? Ne, ich... Im Paralleluniversum? Ich unterschätze meine Geschwindigkeit. Ach so. Bist du an der Tore vorbeigelaufen, oder wie? So ähnlich, ja. Dann Heavy Quiver... So ein Wagt Quiver... Cataclysm... Quarz Wand... Sage Wand... Ach, Manaflasche kann man da auch aufwerten. Ja. Die kannst du auch aufwerten. Cool. Du konntest auch irgendwie Manaflaschen umändern. Beziehungsweise in was besseres verwandeln. Hab ich aber nicht mehr im Kopf, wie. Das war sogar eines der Rezepte, die ich mir mal angeschaut hatte. Wie du dir andere Manaflaschen herstellen kannst. Fand ganz interessant, wie das hier so geregelt ist mit Crafting und so. Jo. So, mit dem Stärke Amount überlege ich mir mal noch, ob ich damit was mache. Und das ist hier die Hybrid Flask, die wollte ich mir mal anschauen. ... Plus 14 extra Charges... ... 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 Wie sieht es bei dir aus? Oh, da sind aber Spiele-Spinnen drin. Ja, wa? Wow! Okay, die sind aber schwach. Hihihi. Jetzt tue wieder zumal. Niemand kommt raus. Spinnen ist das okay. Warte mal. Ach, da oben ist noch. Ja, wir sind mal wieder gründlich mit der Karte. Ne, hier rechts. Ja. Ah, wir waren wirklich gründlich. Hm. Geht mein Denken. Nyeh. Geht's? Ja, keine Ahnung. Keine Sauber, keine Sauber. Große Treppe. Oh, mein Level Up wieder. Hm, geht's jetzt. Decker. Mal wieder hoch. Mal hier. Was bin ich denn? Die Nerd Trap. Hihihi. Ach, die hat's aber auf dich abgesehen. Was sind die Nerd Trap? Ich kann sie nicht angesehen. Ach, hier. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und tot. Und tot. Kaputt. Putt, putt. War schön einsam, das Ding. Was ist das für ein Schacht hier, ey? Müllentsorgung? Keine Ahnung. Wäscheschacht? Plumpsklo. Puh, da würd ich aber nicht reinfallen, persönlich. Müllst du aber nicht reinplumpsen? Ho, 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 ho. Du bist jetzt auf dem Karnevals-Zukunft-Sprung. Ach, nee, bloß nicht. Ich hab hier ein Nerd-Cast. Ah, hab ich auch gerade. Konstrukt, Konstrukt. Hilf mir. Oh, großer. Was ist das denn für ein mieses Konstrukt? Das kann man Deckung gehen und dabei feuern. Hä? Okay, dann kämpfen wir halt hier weiter. Na, wer bist du dann? Komm mal stehen, ich wollte dich abschießen. Also, wenn man einen so lieb drum bittelt, dann kann man ja nur stehen bleiben. Neben dir stand was. Kleiner Schleicher, du. Ach, wie? Die kippen so. Was, die kippen? Naja, die... Zombies mit Rüstung. Achso. Ach, die saue ich heute. Da war irgendwo wieder so ein Schlängchen unterwegs. Ja, das... schlängelt sich hier wahrscheinlich irgendwo da an. Hm. Sogar nicht zugemacht. Hä? Zugemacht? Das klang so, als wenn irgendjemand die Tür zumachen würde. Ah, die Monster haben mit deinen Tür zuzumachen. Nein. Die lassen mich verhungern. Boink, boink, boink. Oh, das ist noch eins. Mann, wo? Da kam immer ein neuer dazu. Vielleicht machen die da hinten irgendwo Zeltteile oder sowas. Mietose. Ja, die fallen aber irgendwie kaum auf, muss ich sagen. Hm. Schon wieder so ein leerer Raum. Ja. Scherup, scherup, scherup. Sag mal, hast du da drückend schon gelabelt? Nee, in zweieinhalb Bälkchen. Hallo? Dann habe ich mir wieder einen Vorsprung erarbeitet. Hm, wahrscheinlich, als ich irgendwann mal tot war. Hm. So, vor kurzem. Hm. Ich würde es nicht. Ah, die Explosionsfall scheinen hier gut zu sein. Ja. Das hier jetzt auch schon gemulti-shottet, die Explosionsfall. Hm, das ist hier wohl ein kaputter Raum. Angewurzelt. Mann, diese scheiß Konstrukte, so habe ich mich mal in Ruhe lassen. Das ist ja unglaublich, wie oft reinig die sind. Also die Schlangen. Ja, das sind auch Konstrukte. Ach so? Okay. Ja. Ah, hier. Ah, das Siegel. Die Bolz. Nur Humus-Düngel gemacht. Hoppla. Ich glaube, ich habe es kaputt. Das muss nicht passieren. Nicht in der Welt, die ich weiß. Du musst immer alles anfassen. Ja. Konstrukte. Ich sehe sie. Dahinter sind ganz viele andere Zombie-Helm-Träger. Hm? Da drüben. Ah, da. Wir halten gerade eine Versammlung. Zur Optimierung ihrer Kopfeinschlagfähigkeiten. Die muss man nicht mehr optimieren. Ist schon böse genug. Bup, bup, bup. Das ist ja toll. Ich packe die Chests hier unten aus und der Loot spawnt oben. So mag ich das. Getrollt. Das wäre eine Sirene im Hintergrund. Hm? Also diese Sirene. Ja, genau. Guck. Ja, genau. Ups. Boink, boink. Boink, edi, boink. Boink, boink, edi, boink, 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 edi, boink, edi, boink, edi, boink, 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 boink. Boink, 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 boink. Boah, hände ich jedes Mal zurück in einer Stürme oder was? Keine Ahnung. Vielleicht ist das so eine Art Verwirrungstaktik? Ja, klappt. Bis hin gehen zur... Guerilla-Taktik? Eventuell. Ja, einfach nur Panik-Taktik. Ah, Panik! Trident error. Fehler, Fehler, Rückzug! Hm, interessanter Treffer. Irgendwie schon, ne? Oh. Hm, the wetlands. Auf, auf, in die feuchten Lande. Genau. Ach, es ist so dunkel hier. Ne, du hast ja das Licht ausgeschaltet. Du bist doch gegen den Ball gelaufen. Nein. Doch. Jetzt nicht alles in die... Du warst vor mir. Ach, pappalapap. Du hast mich geschubst. Ja, klar. Ich hab dich geschubst. Na, vor mir hier. Ich hab dir eine meiner Pfeile in den Po gesteckt, ne? Du hast es wenigstens zu. Ich hab's nicht zugegeben. Ich hab dir eine sarkastische Bemerkung an den Kopf geworfen. Tja. Wie war's? Ja, so ist ein Wegpunkt. Ich blummel hier die Karte. Ah. Schön, dass dir das auffällt. Ne, ich mein... Ich mein jetzt richtig, die... Rechts oben, die Karte, die wird hier so sehr dunkel. Da kommt nix, woran man sich orientieren konnte. Es ist ja auch dunkel. Ich hab's gar nicht angekrabbelt. So, jetzt. Die Kugel kannst du angrabeln, aber nicht den Wegpunkt, gell? Ja, sieht ja nicht so schön aus. Oh, Kugel. Ach, hier geht's schon weiter. Äh, irgendwo hier. Ach, da. Dread Ticket? Da müssen wir gar nicht hin. Noch nicht, nein. Wir müssen erstmal hier was suchen. Ja. Le Bandit. Le Banditos Maximus. Irgendwo hier, naja. Hier, du, warte doch. Aha. Hier ist... Berg. 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 Ja, okay. Hab's wahrscheinlich. Berg. Berg. Fluss. Berg. Berg. Das ist mehr ein... Das ist ja nicht mal ein Fluss. Das ist ja eher so ein Bechtlein. Ja. Ah, jetzt sitzen wir los. Ach, ist der Typ hier nicht der, der so übel hin und her springt und sich mit weiß ich wieviel Charges zustimmt? Fast nicht. Diese kleine Drogensau, die? Die voll auf Charges. Ich hab's nicht immer getroffen. Interessant. Ich hab's schon gehört. Ja, ich hab's schon gehört. Ja, das ist ja. Ja. So, wir können mal gucken hier, was wir machen können. So, können wir den Schicket machen. Ah, ja, dann ist der, wo war ich denn? Ich wollte gerade sagen, das ist ja hochdramatische Musik. Ich bin der Krieg. Hälbte einen. Huuuua! Gehört. Ne, ne, hast du nicht. Ne, ne, ne. Wird hier etwa Schabernack betrieben? Nein! Nein! Ja, hier treibt das Volk Schabernack oder so, ne? Ich glaube, wird hier etwa Schabernack betrieben, ja. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Da könnte ich auch mal hingehen. Oh, hier könnte ich auch hingehen. Oh mein Gott! Hört's denn? Nein! Nein! Ich könnte auch hier runter gehen oder was machen. Du kannst auch komplett einen anderen Weg einschlagen. Oh! Was? Ne, bist du so wahnsinnig für die Beute? Was? Ne, bist du so wahnsinnig für die Beute? Super. Und bevor wir hier weitermachen, machen wir eine Pause. Quasi ultimatives Cliffhanger Ende. Och, das können wir jetzt auch noch machen hier. Äh, nein. Können wir nicht, ne? Die Zuschauer müssen ja gespannt sein auf nächste Folge, wo wir dem Kerl ordentlich seine Fresse deformieren werden. Ihr habt's gehört. Ich hab's versucht. Kann nichts dagegen machen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Wicke, wicke! Tschö!